Ah, der Kerker. Sehr schön. Da ist er ja, der Kerker. Mensch, der braucht aber, um das zu erobern, wa? Hier sollten wir übrigens auch nochmal eine Tür hinsetzen, vorsichtshalber. Tür, da eine Tür. Guck mal, da haben wir sogar schon eine Wächterfalle, siehste? Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Ja? Der Kerker ist der Ort, an den eure Imps eure verwundeten Gegner schleppen. Wenn die Feinde hier sterben und verrotten, bis nur noch die Knochen übrig sind, dann können Skelette auferstehen, die zu euren Diensten stehen. Das klingt doch mehr als gut. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Öh! Das ist einfach so meine Falle an! Geht auch nicht! Schweine! Eure Schatzkammer ist zu klein. Meine Schatzkammer ist zu klein. Besser, dass sie zu, äh... Ja, zu groß ist. Hält ist gut, ja. Dann stirbt man schön da drin. Nhehehe, Kaker. Achso, das heißt wahrscheinlich, dass wir das noch nicht bauen können, ne? Ja, okay, alles klar. Deswegen auch dieser Strich, das heißt, wir können das noch gar nicht bauen. Ah! Ich lerne noch dazu. Ich wollte gerade sagen, schlepp den bitte jemand da rein. Nö, den lassen sie verrotten. Öh! Das ist meine Falle! Ich könnte mal einen Zauberer gebrauchen. Wo sind die denn alle? Machen alle gerade Kaffeepause. So, jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden, wie das mit der Gruppengeschichte war. Ach, wie war das noch? Ja, da freut er sich. Äh, wie war das noch? Symbiose. Äh, ja, das mit den Zaubern weiß ich. Gruppenmodus 7. Danke! Ey, du. Willkommen. Ich will schon wieder die WASD-Tasten benutzen. Ich merke schon, ich habe zu viele Rollenspiele gespielt. Ich sehe schon mal... ...gehen sehr gewissenhaft vor beim Einsammeln der Toten und Sterbenden, aber nur auf eurem eigenen Land. Wenn also ein gegnerisches Geschöpf auf Wasser oder Lava stirbt, liegt es an euch, eine Brücke zu bauen. Denn nur dann kann der Leichnam dorthin geschleift werden, wo er euch am besten dient. Ah, okay. Danke für die Information. Da ist echt eine Wächtervolle vom Gegner, okay? Spannend. Theos Acundus. Uuaah! Hauen wir sie kaputt, die Falle! Sie sind in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das Skelett, dieses furchtlose Knochengerüst, braucht weder Schlaf noch Nahrung. Sein einziger Wunsch ist, zu töten. Und so marschiert es in der Schlacht mitten durch die Gegner und mäht sie nieder. Okay, ich glaube, dieser Nahkampfangriff bringt so ziemlich... Gar nichts. Oder doch? Jo! Sehr schön. Ah, hier ist nochmal ein bisschen Gold. Mana sieht auch gut aus, als wäre so ein Heldenportal. Die wir nicht zerstören können! Warum auch immer. Warum können wir die nicht zerstören? Ich verstehe das nicht. Das finde ich echt schade, dass man die nicht kaputt machen kann. Ah, jetzt ist die Karte wieder völlig verdreht. Bäh! Ach ja, ihr liebt es ja, ne? Das Gucken. Ja, Tasten belegen. Mal gucken. Äh... Nach rechts drehen. Nach links drehen. Ah. So. So ist besser. Mensch. Noch mal ne komplette Umdrehung, damit man ja schön kotzen kann. Super. Ist jetzt ein bisschen verstellt, ist ein bisschen doof jetzt, aber was soll's. Gut, wie viele Skelette haben wir denn jetzt drin? Keine. Das sind viele. Eins haben wir. Ein ganzes Skelett! Mensch. Doch so viele. Wahnsinn. Ich verstehe halt nur nicht, warum wir diese blöden Portale nicht zerstören können. Die würde ich so gerne kaputt machen. Nur es geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Ich drehe nochmal ein bisschen. Es ist Zahltag. Schön, dass du das so betonst, du Arsch. Da ist auch ein Heldentor, okay. Alter, hier sind so viele Heldentore, das ist ja Wahnsinn. Na, hier ist doch bestimmt auch ein Artefakt versteckt. Komm. Gut, also Impf scheinlich genügend zu haben. So wie es aussieht. Obwohl. Komm. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Gut. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aha. Ein weiterer Gegenstand. Was bringt der? Heilt alle Geschöpfe in ihren Diensten. Ja, cool. Auch eine schöne Sache. Ach, guck mal. Dahinter können wir uns weitergraben. Okay. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie zu klein ist. Stimmt, ich wollte eigentlich eine zweite Hühnerfarm bauen, ne? Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ja. Zustand 100%. Ja, das ist die Hauptsache. Ich baue trotzdem noch meine zweite Hühnerfarm. So. Tja, und eine Schatzkammer, eine weitere. Ja, können wir ja hier eine bauen. Zugegebenermaßen, sie ist nicht die schönste, aber sie erfüllt immerhin ihren Zweck. So. 54.000 können da gelagert werden. Wunderbar. Können wir jetzt erstmal wieder sorgenfrei Gold sammeln. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Sehr geil. So. Dann schauen wir mal, was wir hier noch Schönes finden. Alter, hier gibt es richtig viel Kohle. Das ist richtig geil. Also ich, wie gesagt, für mich ist die Karte blind. Also das Let's Play kann wirklich ziemlich lange dauern. Ich gehe sogar mal davon aus, dass es wirklich bis zum Jahresende geht. Ich weiß, das habe ich schon bei Risiko gesagt. Aber ich denke mal, hier wird es tatsächlich so ablaufen, dass es bis Jahresende geht. Das war jetzt, glaube ich, mein drittes Artefakt, wenn ich mich nicht erinnere. Oder mein viertes sogar schon. Trotzdem finde ich das komisch, dass ich das Heldentor nicht einfach zerstören kann. Das finde ich echt komisch. Dass das nicht geht. Ich bin ja auch überhaupt nicht grob, ne? Ich grabe alles ab, was ich abgraben kann. Alles, was ich irgendwie abgraben lässt, wird abgegraben. So. Können wir das nämlich auch im Besitz nehmen. Genauso auch das hier. Bauen wir gleich mal hier flächenübergreifende Brücke. So. Das kleine Stück da machen wir auch gleich dicht. Zack. Flächendecken der Brückenbau. Hat doch was. Die laufen da. Das ist wie so ein Ameisenstamm. Die laufen überall durch die Landschaft. Und machen und tun. Ich finde das richtig süß. Richtig schön gemacht. Macht Spaß, das Spiel. Definitiv. Also ich kann jeden wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr das Spiel mal spielen wollt. Legt euch Gok dafür zu. Gok ist sowas ähnliches wie Steam. Und holt euch das Spiel. Zockt es und liebt es. Es macht so einen Spaß. Das ist unfassbar. Und ihr habt ja auch gesehen, es hat auch gewisse Rollenspielelemente mit drin. Also ist nicht schlecht. Also es gibt jetzt zwar nicht unbedingt Quests oder sowas. Aber ja. Es hat schon was. Zwei Trolle. Können wir eigentlich, wo wir gerade bei Trollen sind. Können wir eigentlich auf Brücken auffallen bauen? Geht das? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne. Geht nur auf festem Boden. Okay. Gut, also hier unten scheint Kartenende zu sein. Gut zu wissen. Aber hier unten geht das noch weiter, ne? Sehe ich mal gerade. Dann graben wir uns hier nochmal ein bisschen vor. Ich bin mal gespannt, wann wir auf den Feigenbaronen treffen. Oder Grafen, oder wie der sich nennt. Irgendwann treffen wir auf den. Oh, ich glaube ich kriege ein bisschen mehr Mana, als ich verbrauche. Ähm. Wir haben volles Mana übrigens, für die, die es nicht wussten. Sieht's kreaturenmäßig aus. 15. Also wir haben ja voll ausgeschöpft. Okay. Der Gegner schickt übrigens nichts mehr. Schon länger nicht mehr. Wir sind schon seit längerer Zeit nicht mehr angegriffen worden. Das heißt, die spawnen anscheinend nur aus den Verstecken aus, die wir nicht entdeckt haben. Ah. Guck mal. Was haben wir denn da? Beschwört einige magische Diener als willige Arbeitskräfte. Ah. Schön. Aha. Mit Tor. Okay. Also es könnte sein, dass wir gerade so eine Festung entdeckt haben. Interessant. Das sind auch noch Zwerge. Süß. Ah. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ich glaube, ich sollte wirklich mal einen Trainingsraum bauen. Ich glaube, das wäre echt nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wo? Ich habe nämlich kaum Platz. Das ist mein Problem, das ich habe. Meine Freundin würde jetzt zu mir sagen, tja, hättest du mal ein bisschen Platzsparen da gebaut. Ja, ich und Platzsparen bauen, ja. Schade. Ah, sehr schön. Sie haben einen Todgeweihten dahin gebracht. Sehr gut. Ihr habt zusätzliche Imps bekommen. Wunderbar. Ey, Trolle. Ihr habt doch eh gerade nichts zu tun. Haut mal drauf da. Ich frage mich nur gerade, wo könnte ich jetzt hier meinen Dings hinbauen, meinen Trainingsraum? Ist gar nicht so einfach, eine geeignete Stelle zu finden. Das ist echt nicht einfach, wisst ihr das? Wisst ihr was? Ich weiß, was ich mache, machen könnte. Beziehungsweise, die werden, glaube ich, dadurch beschworen, ne? Durch den Wachraum. Ey, das wäre ja auch doof. Dann würde ich die ja quasi rausschmeißen. Das geht ja nicht. Pass mal auf. Ich werde mal die Ecke hier mal ausbauen. Und dann machen wir hier den Trainingsraum hin. Dann ist das quasi ein Raum hier. Ist zwar ein bisschen blöd, aber was soll ich machen? Wir brauchen einen Trainingsraum, damit unsere Truppen mal ein bisschen erfahrener werden. Gut, da kommen wir nicht ran, weil da dieses blöde Tor am Weg ist. Und ich werde schwer angegriffen. Was ist denn jetzt da los? Wo werde ich denn angegriffen? Achso, der heilt, okay. Der hat gerade geheilt. Gut, ihr seid hier fertig. Wunderbar, dann werde ich jetzt hier mal den Trainingsraum hinballern. Ist jetzt, wie gesagt, keine englische Baukunst, hätte ich jetzt fast gesagt, aber... Sehr schön. Hauen wir hier nochmal was zwischen. So. Haben wir einen schönen Trainingsraum. Dann können sie sich mal ein bisschen weiterbilden, militärisch. Alter, das ist ja aber sowas von verzweigt hier, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Hier ist alles abgebaut. Hier können wir nochmal... Hier geht's auch weiter, interessanterweise. Okay. Hier ist auch noch ein bisschen Gold. Das können wir uns auch nochmal schnappen. Das hier sieht auch schon... Solche Einbuchtungen sehen immer für mich verdächtig nach Artefakt aus. Immer. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Ja, weiß ich. Ist auch sehr nett von dem Portal. Wir haben zwei Skelette. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber immerhin. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ah, inzwischen haben wir drei Skelette zusammen. Mehr als vier... Oh. Ein Skelett? Seit wann ist ein Skelett bitte glücklich? Ist ja was ganz Neues. Äh... Ach, guck mal. Noch größer! Mensch, nicht so raffgierig. Was ist denn hier oben? Äh... Da ist unser Portal, genau. Es ist zahltag. Ah! Ja. Alles klar. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Das war die Andeutung auf die Skelette. Danke. Danke. Die Skelette fürchten sich nämlich nicht mehr. Denen ist das scheißegal. Ihr habt einen Auftrag, Skelette. Vorwärts! Schade, ich kann da nicht lesen, was da über die Furchtfallen steht. Schade. Hätte mich mal interessiert, was da drüber so steht. Die hören sich geil an. Ich merke schon, die haben Spaß. Schön. Alter, wie viele Imps hier einfach mal unterwegs sind. Heftig. Nein, Skelette, ihr seid noch nicht fertig. Auf der anderen Seite geht's weiter. Euer Wachraum ist zu klein. Es wird fleißig trainiert, wenn ich das mal so sehe, wie mein Gold schwindet. Scheinen sie fleißig zu arbeiten. Beziehungsweise fleißig zu trainieren. Kann das sein, dass ihr hier nicht hinkommt, Jungs? Baue ich mal eine Brücke hier hin. Da ich keine solchen Löcher mag, in solchen Spielen baue ich immer gerne zu. Und einfach, weil ich es kann. Hallo? Ah, schon abgegraben. Okay. Nehmen wir es bis jetzt auch gut. Wir werden angegriffen. Oh. Das war jetzt zwar nicht Sinn der Sache, aber ist okay. Okay. Man sah noch, wie er umfiel. Die Trolle sind super. Ah, da ist er ja. Du kleine Drecksau. Schnappt ihn! Boah, Alter, was ist denn jetzt los? Alter! Wo wollt ihr alle hin? Hier bleiben! Nein, die Imps wollte ich doch nicht haben, verdammt! Nicht die Imps! Verdammt noch mal! Foray! drawn! Torhärm! art! Rkitab! Drei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020